Freunde, was ein schöner Tag! Warte mal, wo bin ich hier, Freunde? Und, äh, wieso bin ich ein Drache? Äh, Freunde, sehe ich das gerade richtig? Das ist doch bestimmt ein Albtraum! Äh, was war denn da hinten? Oh nein, Freunde, ich bin wie ein Mensch! Was soll das? Was soll das? Warum bin ich ein Drache, Freunde? Wie konnte das nur passieren? Wie konnte es nur passieren? Ich habe doch nichts getan! Und, äh, wer ist das dort vorne? Mein Bruder, mein Bruder ist endlich geschlüpft! Hä, ich bin geschlüpft? Äh, ich bin doch kein Baby, oder was? Lass mich mal sehen, hm? Oh, wie süß sieht der denn aus? Wow, au, das ist anscheinend meine Mutter! Äh, ja, hallo, ich bin Sam Lucky! Wow, er hüpft ja rum, und was sagt er da, Gugu Gaga? Gugu Gaga, ich verstehe den auch nicht ganz, der ist doch so klein! Aber, der ist schon fast so groß wie ich, wie kann das sein? Mhm, ich bin ein Stark! Und, äh, was? Ihr könnt mich nicht verstehen! Oh, Mann, Freunde, ganz vergessen, ich bin ja ein Baby! Ich rede Babysprache, das können die nicht verstehen! Warum bin ich ein Drache, hm? Hm, könnt ihr mir das sagen? Oh, ihr seht da verwirrt aus, aber irgendwas stört mich an seinem Aussehen! Oh, warte mal, jetzt weiß ich! Äh, ist das ein Feuerdrache? Warum ist das ein Feuerdrache? Oh, das passt doch gar nicht! Hä? Äh, was meint ihr? Meine Lieblingsfarbe ist rot! Oh, deswegen bin ich ein Feuerdrache! Ich bin viel cooler als ihr, okay? Aber, Freunde, das scheint auf jeden Fall mein neues Drachen zu Hause sein! Ist das cool, Freunde? Äh, warte mal, aber warum ist das hier alles kaputt? Äh, schaut mal, eure Drachenfestung ist kaputt! Wollt ihr das nicht reparieren? Oh, Mann, Mama, wenn er wüsste! Äh, oh ja, du hast recht! Oh, Mann, da ist ja immer noch dieser blöde Drache! Hm? Welcher blöde Drache? Ja, ganz genau, dieser Riesendrache, der uns immer unser Leben schwer macht und hier immer alles zerstört! Äh, was? Äh, ein Riesendrache zerstört hier immer alles? Oh, deswegen verstehe ich! Oh, Mann, diese Burg ist ja echt kaputt! Ist der so fies? Warum macht der hier alles kaputt? Oh, Mann, ich bin so traurig! Hm, ich glaube, der Kleine hat uns verstanden! Ach, sei nicht so traurig! Wir sind hier sicher, naja, denke ich zumindest! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er zu uns kommt! Und außerdem bist du jetzt neu in unserem Team und zu dritt könnten wir es schaffen, ihn zu besiegen! Äh, ihn besiegen? Aua, das ist eine gute Idee! Äh, wo ist er? Ich werde ihn besiegen! Oh, Mann, ich komm schon! Ich krieg dich! Ich werd dich kriegen, Freunde! Als Feuerdrache bin ich ultra-OP! Äh, stimmt, ich kann ja noch gar nicht fliegen, Freunde! Warte mal, hier ist ja auch überall TNT! Und hier wurde alles in die Luft gesprengt von diesem blöden Drachen wahrscheinlich! Schau dir das an, das ist das Schloss vom bösen Drachen! Wow, ist das riesig! Das ist ja viel größer als unser Schloss! Oh, Mann, der ist bestimmt richtig fies! Warte mal, ist das der da vorne? Wow, wie groß ist der bitte sehr? Oh, ja, das ist ein Riesen-Riesen-Feuer-Drache, genauso wie du! Äh, was? Aber ich bin nicht so wie der... Und, äh, warte mal, seit wann kannst du mich verstehen? Warte mal, stimmt, ich kann ihn verstehen, aber er entsprechen gelernt! Oh, was, wirklich, das freut mich doch! Hallo, Kleiner! Hm, hallo, wie heißt ihr eigentlich? Wie wir heißen? Also, ich bin Lea und das ist dein Bruder Okri! Hm, und wie kannst du Mama nennen? Hm, die Namen kommen mir bekannt vor... Ich bin Samlaki! Aber ich bin immer noch so traurig, da drinne ist auch deine Schwester! Oh, ja, stimmt, 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 ich hab eine Schwester, musst du wissen, Samlaki! Was? Das war das zweite Kind von Mama, von Mama Lea, aber sie wurde entführt dort vorne, von diesem bösen Drachen, in dieses Schloss! Okri, Schwester wurde entführt, Freunde, in diesem Schloss? Oh, Mann, ich werd mich rächen, ich werd diesen Drachen besiegen! Aber, warte mal, du kannst ja noch nicht mal fliegen! Hm, wie, ich kann nicht fliegen? Schaut ganz kurz her, ich kann schon prima werden! Gib dir das mal, der kann nicht mal fliegen, Mama! Oh, Mann, weißt du, nur der Auserwählte kann den Feuerdrachen besiegen! Nur der Auserwählte? Ja, wir sind dazu nicht befiegt! Ich, ich, ich vertrockne immer in seiner Anwesenheit, weil der so heiß ist! Hm, ich würd nicht vertrocknen, Freunde! Vielleicht bin ich ein Auserwählte! Ah, ok, passt auf, ich will alles lernen! Ich will fliegen lernen, ich will meine Attacken lernen, alles! Hey, hey, ganz ruhig, ganz ruhig! Du bist gerade erst geboren! Hm, ist mir egal, ich will es trotzdem lernen! Und, ich will Feuer spucken! Habt ihr's gesehen? Da kam ja nicht mal das Rauch raus, oh, Mann! Also, dieses Feuerspein, das kommt erst ganz am Schluss! Ich kann auch noch kein Eis speien, das ist super, super schwer! Aber, was ich auf jeden Fall schon kann, ist zu fliegen! Zack, siehst du das? Wow! Oh, ja, sehe ich! Wow, wie cool, Freunde! Schaut mal, wie schön der fliegen kann! Ähm, das will ich auch können! Und, zack! Oh, wow, ich will's auch lernen! Bitte bring's mir bei! Oh, Mann, weißt du was? Du musst einfach nur deine Flügel ausspannen und fliegen! Ich soll meine Flügel ausspannen? Warum habt ihr mir nicht früher gesagt? Und, let's go! Wow! Schaut mal, ich kann schon! Oh, guck, wie schön ich fliege! Wow! Ah, doch nicht! Und, ah, ich krieg, ich krieg Schaden! Ich kann kein Eis vertragen! Oh, nein, komm, schnell wieder hoch! Ja, schnell, du musst aufpassen! Wir sind hier in einem, äh, in einem Eisgebiet! Oh, ja, ich darf bloß nicht den Boden berühren! Der tut mir echt nicht gut! Der besteht aus Eis! Und ich bin ein Feuertrache, Freunde! Aber schaut mal, ich kann schon richtig cool fliegen! Wow! Oh, ähm, so ganz drauf hab ich noch nicht! Komm mal zurück, komm mal zurück! Bevor da was passiert! Ah, okay, perfekt! Ich komm zurück! Schau mal, wie cool ich fliege! Was machst du denn da? Haha, ich kriege ein bisschen aus! Kannst du auch das? Oh, ja! Was passiert mit dir denn jetzt bitte sehr? Oh, nein, das kann ich ganz bestimmt nicht! Ist das deine Superattacke? Ähm, ja, kann man so sagen! Das ist meine Superattacke! Damit steuere ich jeden Gegner weg! Apropos Superattacke! Sag mal, Samlucky, möchtest du auch deine Superattacke lernen? Hm? Natürlich! Ich will den bösen Drachen besiegen! Was muss ich dafür tun? Okay, dann los! Lass uns zum Training! Und zack! Okay, ich komm mit und let's go! Oh, Mann, Freunde! Das muss ich echt noch lernen mit meinen Flügeln! Oh, oh, oh! Oh, nein, ich muss wieder... Also, hier ist das Training! Und zwar, bevor du Feuerattacken lernst, musst du perfekt fliegen können! Hm? Okay, verstanden! Das wird ich! Schau mal, ich kann schon richtig gut fliegen! Muss ich etwa durch diese ganzen Ringe dort fliegen? Ja, fliegen kannst du ja schon ein wenig! Aber was du noch lernen musst, ist ja das Spucken von Feuer! Okay, das werde ich! Ich fange sofort an! Oh, zack! Let's go! Schuss hoch! Ah! Ah, Freunde, was passiert hier? Oh, nein, oh, nein, oh, nein! Oh, nein, oh, nein, oh, nein! Oh, ich glaube, ich habe es geschafft, Freunde! Es war aber bloß echt geschafft! Durch jeden Ring? Oh, komm schon, ich werde es weiter schaffen! Hier lang! Oh, zack, 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 zack! Ja, jetzt eine Drehung! Komm schon, Freunde, das ist so schwierig! Ich sage es euch! Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht! Und jetzt hoch hier! Wow! Okay, das war knapp, das war knapp! Das war auch sehr, sehr knapp, Freunde! Ich werde es jetzt aber schaffen, ich sage es euch! Und hier lang, hier lang! Okay, ich werde es schaffen! Siehst du, wie gut ich bin? Aber kannst du auch das hier? Schau es dir an und... Wow! Du hast einfach eine Rolle gemacht! Oh, ja, das werde ich auch lernen! Komm schon, hier lang! Freunde, ich bin der coolste Drache! Ich habe es geschafft! Oh, ja, du hast es geschafft! Sehr stark, zum Lucky! Und let's go! Mama, hast du es gesehen? Warte mal, wo ist Leia hin? Hm, warte mal, Mama? Ach, Mama, wo bist du? Er hat es geschafft, er hat es geschafft! Oh, ja, ich habe es geschafft! Ich will jetzt Feuer spucken, Leia, Freunde! Obwohl, Uri, Mama ist doch da! Siehst du sie schon? Ähm, das ist ich, Mama! Hä, äh, das? Ah, wer ist das denn? Oh, ich weiß nicht, warte mal! Das ist der riesenböse Feuerdrache! Äh, meinst du... Wow, das ist der große Kind! Der sieht richtig gruselig aus! Au, Mann, Aua! Ihr seid also die Kinder von Leia! Äh, äh, okay! Wie hat das? Ich bin der Seag... Äh, ja, sind wir... Äh, ja, ganz genau, das sind wir! Ihr werdet in ein paar Tagen draufgehen! Ha, ha, ha! Was? Äh, warum werden wir in ein paar Tagen draufgehen? Ich kann mich erstellen! Äh, 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 ey! Lass uns bitte in Ruhe! Oh, nein! Au, wow! Lass rein, ich bin aus, Leia! Ha, 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 ha! Das böse... Wow, äh, okay! Der zählt uns ja alles an! Wir müssen hier schnell weg! Oh, nein, oh, nein, oh, nein! Hast du das gehört? Oh, ja! Okay, ich habe so Angst! Was denkst du? Äh, was der mit unserer Mutter eingestellt hat! Au, okay! Ich glaube, der hat unsere Mutter entführt! Wir müssen uns rächen! Und... Warte mal, dort oben ist der doch! Ja, ich sehe es! Was hat der denn vor? Ha, 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 ha! Ihr dachtet doch nicht, dass ich einfach so abhau, ohne hier alles zu zerstören! Das ganze Schloss! Ha, 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 ha! Oh, nein, tu das nicht! Ha, ha, ha! Oh, doch! Ha, ha, ha! Was hat der gemacht, Ucrie? Du musst schnell weg hier! Hacke! Ha, 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 ha! Au, ey, Freunde! Ich muss hier schnell weg! Oh, nein, oh, nein, oh, nein! Ucrie, lass uns schnell wegfliegen! Äh, wo bist du, Ucrie? Ich muss nicht wegfliegen! Ach, da vorne bist du! Hey, Tome, weg hier! Komm mit mir! Au, ja, komm! Wir müssen hier schnell weg! Oh, Mann! Was hat der nur getan, Ucrie? Ich glaube, der verfolgt uns nicht mehr! Vielleicht sind wir entkommen! Wir müssen hier schnell weg! Und... Oh, Mama retten! Komm, komm hierhin, Simlucky! Komm hierhin! Hör mal zu, hör mal zu! Ja? Hast du das gesehen? Der hat eine riesen Feuerkugel gespalten! Dann lachst du ganz, ganz viel Feuer! Ich glaube, unser Schuss können wir vergessen! Unser ganzes Haus ist kaputt wegen dem! Oh, ja, bestimmt! Oh, Mann! Wie kann man nur so fies sein? Er ist doch auch nur ein Feuerdrache! Weißt du was? Wir werden ihn besiegen! Wir werden morgen früh aufbrechen und all seine Wachen erledigen! Und später ihn! Warte mal, wir werden nicht nur ihn besiegen! Wir werden alles besiegen! Sein ganzes Schloss! Oh, ja, Freunde! Und dann werden wir Drachenkönige! Aber dafür müsst ihr erst mal alle ein Like da lassen! Und ein Abo kommt schon, Freunde! Sonst schaffen wir das nicht, ohne eure Hilfe schnell und stark zu werden! Oh, ja, Freunde! Lasst allen ein Abo und ein Like da innerhalb der nächsten drei Sekunden! Drei, zwei, eins und null! Auf, danke! Wo sind die nur? Ich finde sie nicht! Okay, versteck dich, versteck dich! Du bist so gut getarnt, aber ich nicht! Wo ist der nur? Wo ist der nur? Du musst aufpassen! Warte mal, ich deck dich, ich deck dich! Komm hierher, komm hier! Okay, okay! Ich habe gesehen, der war da oben! Okay, wir müssen... Oh, nein, oh, nein! Okay! Oh, wir müssen echt darauf passen! Der sucht uns! Ich glaube, der will uns auffressen oder sowas! Oh, ja, der will nicht, dass wir ihn besiegen! Oh, oh, perfekt! Ich glaube, er ist weg! Oh, oh, Ucri, wir haben ihn abgeschüttet! Der hat so eine schreckliche Stimme! Der ist so gruselig! Oh, ja, Ucri, wir werden am Abend das Schloss attackieren! Wow, Ucri, schau mal! Ich kann so schön fliegen! Das ist so cool! Wow, ich bin auch richtig schnell! Aber hier ist irgendwo das Schloss, oder? Ja, genau da oben! Siehst du es nicht? Das ist der Weg dorthin! Oh, Mann, das ist so riesig! Wow, wie groß ist das bitte, Ucri? Okay, so habe ich es mir nicht vorgestellt! Das ist ein bisschen riesig! Oh, Mann, nicht nur seine Burg ist riesig, sondern auch er ist riesig! Du hast es ja gesehen! Der ist so groß und stark, genauso wie seine Burg! Und er ist ja nicht alleine! Er hat ganz, ganz viele Wachen! Wachen? Oh, ja, ganz genau, er hat Wachen! Aber ich sehe gar keine Wachen! Wo sind hier die Wachen? Komm schon her, ich werde alle besiegen! Äh, Ucri? Simlaki, nicht so schnell! Ja? Ich glaube, da drüben ist eine Wache und die sieht nicht nett aus! Hm, egal, drauf, Töre! Schau, was ich kann! Und... Zack! Äh, was hast du gemacht? Sturzflug! Let's go! Wow! Aha, wir werden dich besiegen! Hey, was soll das? Wer seid ihr? Wer wir sind? Ich bin Simlaki und das ist Ucri und zusammen sind wir das Feuer- und Wasser-Team! Und wir werden euch besiegen! Äh, ich kenne keinen Simlaki und keinen Ucri! Aber wenn ihr hier rein wollt, dann müsst ihr erst mal an mir vorbei! Haha! Äh, was? An dir vorbei? Äh, Ucri, komm schon, komm schon, setz deine Power ein! Ah! Ah! Ah, weiß sie, weiß sie, weiß sie! Okay, ich werde ihn beißen! Komm schon, hör mal, dann renne ich weg! Und... Ah, wir werden dich kriegen! Was? Und... Ich weiß nicht, wow! Hey, ich habe Feuer spucken! Äh? Warte mal, was? Warum kannst du Feuer spucken? Bist du etwa der Außerwählte? Du bist so klein und kannst schon Feuer spucken? Wow, Freunde, habt ihr es gesehen? Ich habe einfach Feuer gespuckt! Ich werde das nochmal machen und... Wow! Verbrennen! Wir werden dich kriegen! Haha! Hä? Ich brenne! Let's go! Wir haben ihn besiegt, Ucri! Haha! Ich bin schon richtig stark! Oh, Simlaki, spürst du das? Warte mal, ich glaube, wir werden größer und stärker! Oh, Mann! Wirklich? Wie kampfen wir stärker ein bisschen? Ich glaube, ich fühle... Oh, ja! Ich fühle mich gerade auch voll komisch! Was passiert mit mir? Wow! Oh, wow! Ucri! Schau mich an! Ich bin ein großer Drache! Und du auch! Oh, ja! Wir sind so groß wie unser Gegner gerade! Dieser komische Wächter! Aber... Aber denkst du, wir sind auch stärker geworden? Oh, ja! Ganz bestimmt! Wir sind gewachsen! Ich glaube, jeden... Wow! Ucri! Oh, seit wann kann ich denn sowas wie cool? Pass auf! Du darfst hier auf dem Schnee sein! Hä? Ähm... Der Schnee macht mir gar nichts mehr aus, Ucri! Quas? Du bist so stark geworden! Wow, wie cool! Aber, Simlaki, du weißt ganz genau, wir sind noch lange nicht so groß wie dieser böse Drache! Aber weißt du was, Ucri? Ich werde jetzt hier alles verbrennen! Das geschieht euch recht! Ihr kriegt das zurück, was ihr uns angetan habt! Wow! Haha! Und weißt du was, ich wahr werde? Ich werde diese Blitzkugel abfeuern! Kannst du sowas auch? Und... Ah! Hü! Hü! Ucri, seit wann kannst du das denn? Ich probiere es mal aus! Und... Komm schon! Let's go! Wow! Das ist eine Feuerkugel! Hast du gesehen? Oh, das ist richtig krass! Aber, Simlaki, ich frage mich echt, welche Fähigkeiten wir noch kennenlernen werden! Denn du weißt ganz genau, das waren erst die ersten beiden! Und hier sind noch ganz, ganz viele Wächter, die wir besiegen müssen! Oh, ja! Du hast recht! Mit jedem Wächter werden wir stärker und kriegen neue Fähigkeiten! Schau, wie cool wir zusammenpassen! Tag! Team! Äh, Ucri, ich glaub, da ist der nächste Wächter! Weißt du was? Wir versuchen uns mal vorbeizuschmuggeln! Äh, hallo! Ich bin, ähm, die königliche Wache! Ganz genau! Und ich bin, ähm, 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 ähm... Simlaki, was bin ich? Ähm, du bist die Frau vom König! Äh, was? Okay, ich bin die Frau vom König! Äh, gut, machst du das! Hey, das ist mir neu, dass der König eine Frau hat! Oh doch, ich bin schon seit zwei Jahren an seiner Seite! Okay, aber ohne der Erlaubnis vom Offizier werde ich sie hier nicht durchlassen! Äh, was? Oh Mann, die können sie uns hier nicht durchlassen! Ich muss sie ablösen! Jetzt bin ich dran mit Wache! Ganz genau, und ich will meinen Mann sehen! Okay, okay, entspannt euch! Äh, wisst ihr was? Ich hab sowieso keine Lust mehr, das hier zu bewachen! Na, jetzt kannst du mal deinen Job erledigen! Nein, warte, komm her! Wir müssen ihn besiegen, so blockieren! Hey, was machst du, Hucki? Es hat doch so gut geklappt! Äh, oh nein, oh nein, Hucki! Hä, warum attackiert ihr mich? Das kriegt ihr zurück! Ah, Hucki, was macht der? Wir müssen stärker werden, so blockieren! Deswegen müssen wir ihn besiegen! Au, ja, wir müssen stärker werden! Und komm schon! Wow, ich werd ihn mit Feuer anspucken! Wow, ich krieg dich schon! Oh Mann, Freunde, der ist echt nicht schwach! Ah, drauf da! Komm her! Und jetzt müsste er besiegt werden! Und zack! Und letzter Attacke! Wow! Es fliegt runter, Hucki! Ich glaub, er kann nicht mehr! Und hinterher! Wow! Wir kriegen dich jetzt! Wow! Verbrennen! Haha! Ah, ihr seid so stark! Wer seid ihr? Ich muss schnell dem König Bescheid geben! Dafür ist es jetzt zu spät! Und friss meine zweite Attacke! Wow! Hahaha! Ah, alles tut weh! Ich werd abschützt! Hahaha! Das geschieht dir recht! Oh, ja, weg mit dir, du pupse Gesicht! Oh, ja! Was hast du gesagt, Hucki? Ich glaub, ich hab mich verhört! Egal, jetzt werden wir es schaffen! Schau mal, hier ist schon ein Tor, Hucki! Wir müssen nur noch hier durch! Und jetzt durch diese Tür! Denkst du, da ist schon der König? Oh, ja, ganz genau! In diesem Raum ist der König! Komm, lass uns da reingehen! Okay, wir müssen ganz, ganz langsam sein, Hucki! Bevor die nächste Wache geht wieder zu Seite! Geht zur Seite! Das ist ein Feuerdrache, der sieht gefährlich aus! Oh, ja, du weißt doch ganz genau, Feuerdrachen sind richtig stark! Und der ist schon wieder stärker und größer als wir wahrscheinlich! Oh, ja, der sieht richtig schlimm aus! Der hat eine Rüstung an! Ist doch eine Never-Ride-Rüstung! Warte mal, der sagt irgendwas! Was sagt der nur? Äh, mein Job ist so langweilig! Ich will endlich Pupschi machen, aber ich kann nicht, weil ich den König bewachen muss! Mäh, mäh, mäh! Äh? Hm, der hat ja gar keine Lust auf seinen Job als Wächter! Oh, ja, Okri! Denkst du, den können wir überraschen mit einem Überraschungsangriff? Hm, vielleicht sind wir mal hier mal viel wärs, wenn wir einfach ihn ablenken und danach uns durchschleichen, denn der ist echt stark! Hm, ablenken? Wie willst du ihn ablenken? Nein, Okri, wir müssen uns dem stellen, damit wir stärker werden! Und ich werde meine dritte Fähigkeit ausprobieren und... Schau mal, was mit mir passiert! Wow, ich hab's geschafft! Äh, Okri, ich fühl mich so stark! Ich glaub, durch diese Fähigkeit krieg ich jetzt meine nächste Verwandlung! Okri, versuch es auch! Ich versuch es auch, komm schon! Okri, willst du es schaffen und... Wow! Wow! Ok, Freunde, die nächste Verwandlung in 3, 1, 2, 1 und lass ein Like und nach wo 3, 2, 1, 2! Wow, Okri! Schau mal, wie riesig wir jetzt sind! Ey, ey, Semlaki, wir sind schon fast so stark und groß wie der Typ da vorne! Oh, du hast recht, Okri, wir sind jetzt einfach so groß wie Mama Leia! Weißt du was? Ja, Semlaki, eine Sache! Schau dir das mal an, mein eines Auge ist irgendwie lila geworden und das andere ist blau! Was, wirklich? Zeig mal das... Wow! Oh, du hast recht, wie cool ist das denn bitte sehr... Mein Auge ist irgendwie speziell oder sowas? Ich probier's mal aus! Hä, was machst du denn jetzt, Okri? Oh, was ist denn jetzt passiert? Was hast du vor... Hä, was war das? Oh man, ich seh alles doppelt so gut! Hä, du seh alles doppelt so cool? Haha, wie cool! Weißt du was? Wir werden jetzt besiegen! Wir machen es in einer Kombination, Semlaki! Erst ich mit meinem Blitzen, danach du das Feuer, okay? Okay, so machen wir das nebenbei! Ich hab mehr Leben bekommen! Hä, Okri, die ist so schnell! Ich werd auch kommen! Und... Jetzt bin ich dran! Wow! Wer seid ihr denn? Das kriegt der Zurek! Komm schon her! Ah, Okri, der ist auch nicht so schwach! Aber wir werden dich besiegen! Wir sind zu schweiz! Oh mein Freund, der macht echt nicht schön! Oh Mann, ich muss hier weg! Ich muss hier weg, Freunde! Ich werd nicht kriegen! Ich bin die Leibwache vom König! Ah, Okri, schnell weg! Oh, nein, wirst du nicht! Nimm das! Okri, ich komm die Zuliefe! Und wow, wir kriegen dich! Ich war gerade versehen! Ah, Freunde, was passiert hier? Wow! Semlaki, schaffst du das? Okri, ich glaub, ich hab ihn bekommen! Okri, ich glaub, wir werden ihn kriegen! Ich seh ihn nicht mehr! Ich glaub, das hat gepasst! Ja gut, schau dir das mal an! Hier brennt jetzt alles komplett! Ok, warte mal, ich mag Feuer überhaupt nicht! Lass uns doch schnell löschen! Aber warte mal, Okri, ich hab ne Idee! Ich bin hier ein Feuerdrache und Feuer erlösche! Und wow! Okri, siehst du das? Ich kann einfach Feuer kontrollieren! Das ganze Feuer wurde gelöscht! Wie cool, Semlaki! Oh ja, und jetzt müssen wir nur noch hoch! Oh ja, und ich glaub, da oben ist der König! Wir müssen da jetzt ganz, ganz langsam hoch! Okri, komm mit! Psst, ganz langsam! Oh ja, lass uns da erstmal hoch! Und dann schauen wir, was wir als Nächstes für Attacken bekommen! Komm, wir sind bestimmt stärker geworden nach diesem Kampf! Oh ja, Okri, das werden wir sehen! Ich gehe jetzt hier hoch und dann besiegen wir den König und werden Okri-Schwester und uns in Mama retten! Ja, Okri-Schwester ist jetzt auch deine Schwester! Du bist doch mein Bruder! Ok, Okri, der müsste hier irgendwo sein! Oh Mann, wo treibt er sich hier nur rum? Wir werden es ihm zeigen! Wir sind schon bestimmt größer als er! Der versteckt sich bestimmt vor uns! Der ist richtig klein im Gegensatz zu uns! Wir sind viel stärker als der! Oh ja! Oh ja, Okri, wir sind hier! Was passiert denn da? Oh nein! Äh, 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 Ukri! Äh, warte mal, kam der dir nicht irgendwie ein bisschen kleiner vor am Anfang? Also... Äh, 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 wo ist der jetzt hin, Ukri? Äh, ich glaub, wir müssen hier ganz schnell raus aus dem Schloss! Komm schon! Ah, Ukri, fix her raus! Wow! Äh, äh, okri, äh, wo bist du? Ach, da bist du ja! Äh, ey, Ukri, der ist echt groß! Das hab ich davor nicht gesehen! Hm? Äh, Ukri, äh, wo ist er? Wow, der explodiert schon wieder alles! Oh nein, Ukri, er kommt auf uns! Wir müssen einen Schutzflug machen! Wir dachten auf den Weg, dass der nehmliche Schutz hat! Kommt her! Haha! Ukri, ah, ah! Nein, nein, nein! Ich muss ausweichen, Freunde! Der ist so schnell! Renn, 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 aber es bringt nichts, es bringt nichts! Und zack! Komm schon, Freunde, Ausweichrolle! Ich muss es schaffen! Und jetzt frisst meine Feuerattacke! Wow! Ihr seid so schlecht, so jämmerlich, so klein! Ich fress euch auf, so wie eure Schwester und wie eure Mutter! Was? Du hast sie ja nicht aufgefressen, Ukri, hast du das gehört? Äh, Freunde, wo ist eigentlich Ukri? Hat der Ukri schon bekommen? Oh nein, oh nein, ich muss ausweichen! Komm schon, Freunde, er darf mich nicht kriegen! Ich hab deinen Freund schon zu Boden geschickt! Und ein Klacks und er war am Boden und bewusstlos, haha! Oh nein, Freunde, das kann nicht wahr sein! Der ist einfach viel zu groß! Ich muss aufpassen, dass er mich auch nicht kriegt! Und jetzt kriege ich dich mit einem Schlag! Komm her! Oh nein, du wirst du nicht! Ausgewinchen! Und jetzt! Und Feuerattacke! Let's go! Wow, ich werd dich kriegen! Ach, Freunde, der macht echt wie der nicht! Warum macht der so viel Schaden? Und er beißt mich! Ich muss hier weg, Freunde! Oh nein, oh nein, es kann so nicht weitergehen! Oh, wow, oh! Aua, mein Flügel ist beschädigt! Ich muss hier schnell weg, komm schon! Und zack! Oh, Freunde! Nein, du kannst dich abhauen! Und es gibt keine Möglichkeit, außer du bist der Auserwählte und wirklich wirst doch größer als ich! Oh nein, oh nein, Freunde! Ich muss es probieren! Ich muss es schaffen! Das ist Ucri! Komm schon, Simlaki, hilf mir bitte! Hilf mir bitte! Äh, Ucri, okay, ich werd dir helfen! Und Umdrehung! Zack! Oh, ich bin wieder ausgewischt! Oh, mein Leder, kann ich nicht aushalten! Ich muss mich jetzt verwandeln, Freunde! Er ist knapp hinter mir! Ich muss mich beeilen, Freunde! Lass jetzt sofort ein Like und ein Abo da, damit ich mich verwandle! Oh, ja, Freunde! Oh, Mann, oh, Mann, ich lache halt nicht mehr länger aus! Ihr müsst euch beeilen! Ah, 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 was versuchst du da? Ich werd dich besiegen! Das ist gut und nicht! Komm schon, Freunde, Sturzflug und... Ich spür was, Freunde, ich glaub, ihr habt genug gelangt! Ich verwandle mich! Wow! Und, wow, Freunde! Ich glaub, ich hab mich verwandelt! Schaut mal, wie groß ich bin! Wow, Alter, bin ich groß! Hahaha! Wo bist du? Was? Wie hast du das geschafft? Au, ja, jetzt bin ich größer als du! Ich glaub, ich bin der Auserwälte, Freunde! Ich werd dich jetzt besiegen! Und... Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Angst habe! Wie kann das sein, dass du so riesig bist? Au, ja, und jetzt werd ich dich besiegen mit meinen Attacken! Und... Wow, Feuerball, zack! Das schaffst du nicht! Doch, ich werd's schaffen! Und... Und jetzt Sturzflug! Let's go! Wow! Du hast mich erwischt! Wie kann das sein? Au, ja, das hab ich! Und jetzt friss meine Feuerattacke! Wow! Zack! Ich werd alles vernichten! Das geschieht dir recht! Friss das! Ja, komm, lass mich in Ruhe, es reicht! Ich kipp dir schon deine Mama zurück und deine Schwester! Au, nein, das werd ich ganz sicher nicht! Und jetzt friss das! Au, wow! Freunde, ich verbrenne alles! Hahaha! Au, Mann, Freunde, ich muss jetzt irgendwie nur noch Uri, Schwester und Flair finden! Antwortet mir, wenn ihr mich hört! Denn, Lucky, bist du das? Wir sind hier gefangen, wir sind im Schloss! Hä, Freunde, hört ihr das im Schloss? Äh, wo seid ihr? Ich hör euch! Ich hör dich auch! Na los, bitte befreie uns! Hier ist auch Uri, Schwester! Äh, Uri, Schwester ist auch da? Ich bin so lucky! Äh, äh, hm, die kennt mich ja noch gar nicht! Hm, ich bin dein Retter! Haha! Wo sind die nur... Wo ist mein Retter? Freunde, woher kommen die Stimmen? Ich glaub, die sind genau dort vorne! Okay, ich werd euch befreien! Okay, seid ihr bereit? Ja, sind wir Rettung! Und jetzt kommt meine Spezialattacke, Freunde! Wow! Oh, Tja! Haha! Ich werd euch befreien! Wartet ab! Wow! Ich hab's geschafft! Let's go! Ich hab euch befreit! Wow, da ist Uri, Schwester! Hm, geht es Uri gut? Äh, ja, dem geht's gut! Ich hab schon nach ihm geschaut! Alles gut! Und, äh, Lea, wo bist du? Wo bist du? Ich bin Simlaki! Und damit, Freunde, würde ich sagen, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like da! Vergesst nicht bei meinem Freund Uri vorbeizuschauen! Und guckt doch bei uns im geheimen Kanal vorbei! Ansonsten drückt ihr schnell aufs nächste Video, sonst komm ich als Drache und werdet euch den Hintern zuheißen! Wow! Drückt aufs nächste Video! Drückt aufs nächste Video! Drückt aufs nächste Video!